Yeah, WSM, Westside Sinti Music, Dyslo, Samsey, Speckhock, wir sind grad im Studio mit Geronimo. Am 1. September 2011 kommt unser Mixtape Bezirk 6 raus, das Mixtape könnt ihr kostenlos runterladen. Yeah, Hammer Lieder, Hammer Feature sind drauf, wie Geronimo aus Lab Cologne, Easy aus First Class und Momo, der Afrikaner aus dem Block, yeah. Yeah, wie gesagt, 1. September mit CX-6, Old School, G-Funk, West Coast Tour. Haha, yo, heute mit Momo und G-Wonimo im Studio, kleinen Freetrack aufgenommen, Kittenschlag. Und ich komme gechillt rein, checke den Beat ab, Dyslo dabei, also gebt euch die Lieder. Schon wieder, wollen Rapper Feature haben, keine Zeit, deswegen lasse ich sie weiter fragen, WSM. Und ich flow hier grad übergeil, Takt und der Bass, Alter, stimmen überein. Übergeil sind die Fans, die hier schreien, du bist Gangster, denn du hast ne Punchline. Ich geb ein Punch rein, du bist ein Punchline. Blaulicht am Block, lyrischer Staatsfeind. Oh shit, wir sind Deutschlands Most Wanted, 1, 8, 7 und der Penner geht handeln. Und ich reime auf die Melodie, Call und CD, ich geb die Stimme zum Beat. Pops von euch? Nein, nein, brauch ich nicht, also holt die Klappe, gib ein Blatt und ein Stift. Ey, ganz ehrlich, es ist das Wetter, das ich kille, macht, mach nicht auf Gangster, deine Rhymes, die klingen nach Kissen. Und wenn du wirklich Gangster bist, warum rappst du dann? Du bist ne Witzfigur, wie dieser Spongebob-Line. Ey, ganz ehrlich, es ist das Wetter, das ich kille, macht, mach nicht auf Gangster, deine Rhymes, die klingen nach Kissen. Wenn du wirklich Gangster bist, warum rappst du dann? Du bist ne Witzfigur, wie dieser Spongebob-Line. Übergebe mir das Zepka, Rap kann so heavy sein, Rapper machen cool, doch schlaff mit dem Paddy ein Oldschool-Beat. Und ich grüße nochmal Schattenwelt, das ist so sick. Ich mach mit Katten Geld, komme dann mit Sam Say, check mal die alte Schule, oh. Und ich rappe in ner alten Bude, Tags für DGs und mein Headshake für Hip-Hop. Mehr Gangster als wir in Baggy und Flip-Flops. Gib mir das Mike-Kille-Rap für einen Minuten-Tag, mach so viel Geld, wie du in ner Minute machst. Lieber krass, weil ich jetzt den Flow bring, die Stimmung ist da und ich halt die Show hin. Geh mal nach vorn und mach einen Crip-Walk, call und zieh die Westside, ich bin hier der Big Boss. Also check das aus und gib uns Applaus. Ey, ganz ehrlich, es ist das Wetter, das ich kille, macht, mach nicht auf Gangster, deine Rhymes, die klingen nach Kissen. Und wenn du wirklich Gangster bist, warum rappst du dann? Du bist ne Witzfigur, wie dieser Spongebob-Blatt. Ey, ganz ehrlich, es ist das Wetter, das ich kille, macht, mach nicht auf Gangster, deine Rhymes, die klingen nach Kissen. Und wenn du wirklich Gangster bist, warum rappst du dann? Du bist ne Witzfigur, wie dieser Spongebob-Blatt. Oh, du möchtest was erleben hier im Viertel? Bleib bei mir, ich zeige dir ein Leben hier im Viertel. Väter geben keine Liebe, nehmen nur den Gürtel, darum siehst du so viele, die wir die nehmen müssen. Viel zu viele junge Kinder stehlen, weil sie müssen. Manche Freunde bleiben treu, manche kehren, die den rücken. Manche Leute haben viel, doch geben nur ein Stückchen. Andere Leute haben wenig, aber geben Stückchen. Nachts, wir sind mit Leib und Seele hier im Viertel. Takt über wird alles erledigt hier im Viertel. Nachts pustet man dann Nebel in das Viertel. Ich bin da, denn gerade dann wird geredet hier im Viertel. Was wer wohl macht, wird beredet hier im Viertel. Aber wahr ist die Hefte, du musst lesen hier im Viertel. Du musst sie auch verstehen hier im Viertel. Es ist nicht leicht, nicht reich zu leben hier im Viertel. Ey, ganz ehrlich, es ist das Wetter, das ich kille, macht, mach nicht auf Gangster, deine Rhymes, die klingen nach Kissen. Und wenn du wirklich Gangster bist, warum rappst du dann? Du bist ne Witzfigur, wie dieser Spongebob-Blatt. Ey, ganz ehrlich, es ist das Wetter, das ich kille, macht, mach nicht auf Gangster, deine Rhymes, die klingen nach Kissen. Und wenn du wirklich Gangster bist, warum rappst du dann? Du bist ne Witzfigur, wie dieser Spongebob-Blatt. Eine Spons giant. Ja, das war schön. Und wenn du wirklich hangst, wie dieser Spongebob-Blatt schweiration hast, wenn du überhaupt schon im Vissbusbrechen reуетst. Vers tun sich immer wieder주iger das.